Beim Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung, gleich bemerkbar. Wir haben dann Feuerwehren Silber und Sierling nachalarmiert und haben den ersten Artenschutzdruck gleich ausgerüstet. Der Brand war in einem Druckerraum, Computerraum. Über dem Brandobjekt war Holzdecken, durch das hat es durchgeraucht und es war eine leichte Hitzeentwicklung. Die hat dann relativ schnell gestoppt werden können. Jetzt sind wir gerade bei den Aufräumarbeiten. Die Artenschutzdruck war schwierig, weil der erste Zugang war ein bisschen verlegt. Aber der Brand war relativ schnell auf die Kontrolle. Es hat dann noch gedauert, bis die Isolierung und so weiter entfernt worden ist.